grösser ich bin wieder daheim gerade rechtzeitig um den seelentasch durchzuführen und ich habe mir da angeschaut 19 helden die ich hergeben will und die brauchen 20 natürlich für die man zwanzigsten finden ist ein bisschen blödsinn so aber ich mache aber beschwerungen und hofft zumindest irgendwann wenn jetzt an klassischen helden krieg können zumindest einsetzen fünf den helden die beschwerungen kommen am schluss allzu viele werden es nicht sein wir schauen uns jetzt nur kurz an was sie inzwischen dann hat wir haben monatlich größtes die legenden beschwerung ohne neuen helden interessant warum sie darauf verzichten wenn du ein neues kostüm drin wäre anstelle eines ja nie überragenden und nicht mehr aktuellen helden naja vielleicht das interessanter so ich bin zwar weiterhin stark auf der suche noch eben ich glaube ich habe schon 20 videos gemacht ich weiß gar nicht ob das vielleicht ist das nicht aber übertrieben in denen die in irgendeiner form eben beschworen habe oder über sie gesprochen habe ich habe jetzt nur die erspielten zwei erziehungen und weil die logo bereits einmal zogen habe und mit gegen ihn entschieden habe weil die ja ich glaube ich würde mir nicht ausreichend weiter bringen und werde jetzt ansonsten der andere hätten dass er jetzt ist gut und aber andere sind gut aber trotzdem reicht man nicht ist nicht ausreichend dass ich da jetzt beschwert sollte also deswegen beschweren solltet ihr wissen dass man eine gratis beschwerung machen kann über werbung dann sagt es mir das bitte kommentiert es bitte sei glaube ich noch zwei tage zeit dann mache die beiden ziehungen ansonsten spei die auf bis wir irgendwann einmal was neues in dem portal kommt so das war mir schnell abgehakt dann haben wir das ist zwar ein zeitlich war die wildnis beschwerung vorher aber einen neuen goblin gibt es auch pip es ist kein goblin sondern ein garnisonswächter schauen wir nur ganz schnell dass es soll jetzt keine detaillierten helden vorstellungen werden es ist ja die frage wie sinnvoll dass man überhaupt ist für die breite masse weil die anzahl an spielern die ausreichend beschweren um realistische chance auf bestimmte helden zu haben die schrumpft immer mehr also dadurch dass bei den großen allianzen viele ja einige sie aufgelöst haben viele leute aufgehört haben sind wir jetzt als ehemalige promille 2.0 jetzt inzwischen wollen wollen wir nicht normal haben wir schon zumindest top 20 in dem bereich oder so und trotzdem bei uns gibt es ganz wenige spieler die wirklich nur ausreichend beschwören um regelmäßig neueste helden zu kriegen ja nichtsdestotrotz gibt es natürlich sehr viele spieler die sehr wohl vollgas beschwören aber die holen sie die spieler die das machen brauchen jetzt eine extra genaue vorstellung ich möchte jetzt trotzdem wert ist in zukunft wenn jetzt nicht mehreres angesammelt haben wir jetzt werde natürlich weiterhin solche videos rausbringen wo in denen genau über bestimmte neue helden heute länger sprech jetzt noch es eher kurz so gern mal schauen was rauskommt also bis gar nicht wachen familie und bevor man schon durch ist das kommen dann zurück das ist eine oder vielleicht die hauptstärke das ist ganz starker familienbonus normaler der produktionen da stehen das haben auch die neuen faune sogar noch ein bisschen stärker das ist schon im moment nicht wenig wert weil in den diversen devs sehr viele menas stehen und sehr viele zitrusholz stehen und man ging zitrusholz zweischneidig da ist es jetzt nicht ganz wissen wir sagen da dafür zitrusholz mehr durch aber prinzipiell das ist schon sehr sehr störend wenn das mal entzogen wird also ja und dann haben wir noch wächter angriff alle vier runden werden alle verwelken effekte von alliierten entfernt ist meistens weniger wichtig weil es nicht so viele starke verwelken effekte gibt die im einsatz haben jetzt zum eigentlichen special verursacht 350 prozent schaden am gegner in schnell das kann man also zielen die 350 prozent und dann nochmal verursacht zusätzlich 350 prozent schaden an zwei beliebigen gegnern da steht jetzt beliebig das ist natürlich eigentlich wieder aber schlecht übersetzt also an zwei zufälligen gegnern sollte es heißen alle getroffenen ziele leiden 657 blutungsschaden über drei züge wie immer ist es also steigt und fällt es mit dem angriffswert des helden in der praxis wenn jemand zwar nur ein helden zieht und einsetzt wird er wahrscheinlich meistens geprägt und auf 20 sein doppelt geprägt auf 20 ja dann wird es irgendwas bei 600 der bissl drüber liegen 630 vielleicht 620 irgend so was über drei runden und weil das nicht so spannend klingt zumindest kommt jetzt noch dazu alle gegner leiden um 50 prozent erhöhten schaden durch die negative statusänderung blutung für drei züge das heißt wir kennen schon einmal die hälfte des schadens aufrechnen das haben wir halt bei sagen wir sagen wir großzügig bei groß so großzügig ist es weil es kommt der truppen bonus dazu in der praxis wird der schaden als sogar über 1000 liegen für drei züge trotzdem ist es zur jetzigen zeit nicht so viel wenn man überlegt dass beispielsweise ich habe mir gezogen wir haben so jetzt weit fängt der macht 300 bleibenden schaden jede runde immer und immer wieder das heißt insbesondere innerhalb von drei runden macht er 900 schaden jetzt nicht das weitere bin weil es jetzt ich habe noch nicht einmal jetzt geprägt und schon gar nicht doppelt geprägt schon wenn man gar nicht sicher bin wie viel in die einsätze ist natürlich akurter hält aber ich bin da ein bisschen überlegen wie das noch was ich mit ihm anstellt jetzt aber zurück zum neuen helden das heißt der schaden über zeiten finde jetzt nicht so dramatisch sicher blutung also jeder blutung schaden wird erhöht die meisten werden sie aber überschreiben was sie nicht überschreibt das was sogar mit sich selbst immer mehr steckt ist aber bahn schaden der ist jetzt nicht so vernachlässigt war wie man oft glaubt in normalen rates aber trotzdem hat er doch keinen so großen einfluss und dann müsste man wirklich dass man das extra ausnützt dann müsste man gezielt mit barbaren zusammen spielen sicher gibt es barbaren kann man wochen aber ist jetzt nicht also ich werde jetzt nicht darauf aufbauen jetzt annahme 350 auf ein ziel 3 2 mal 350 zufällig da gibt es an helden denn ich sehr oft einsetzt den ich zweifach doppelt geprägt verbleibt das kostüm nicht zogen ob deshalb ist es das mit sich nicht gut vergleichbar jetzt haben wir gestalt erste stufe auf drei zufällige gegner 300 prozent also logisch pip ist der stärker logisch einmal kann man die zielen auf anhelden und die anderen beiden sind nur zufällig ist es natürlich mehr wert zusätzlich 350 prozent schaden neuere stats ganz vergleichen darf man das jetzt natürlich nicht weil wie gesagt bei gestalt gäbe es auch ein kostüm ich habe nicht auf wappenstupe 25 braucht also 150 angriff weniger gestalten macht aber dann doch an deftern dazu und wenn sie die würfel überschreiben 300 extra schaden und dann ist aber gestalt bei der zweiten ladung hat doch deutlich stärker bei 350 schadensportionen also schadensportionen von 350 prozent gleich fünf mal macht und gott wenn man das kostüm hätte wird der schaden dann noch viel höher ja also natürlich für sich für die erste aufladung ist den falsch zum falschen grünen helden gegangen bei der ersten aufladung ist natürlich gibt deutlich stärker aber er hat nicht diese endgame bauer diese endgame stärke die gestalt mitbringt neueste satz ich will jetzt auf keinen fall sagen dass gestaltet meine gestalten jetzt stärker ist aber es klingt jetzt nicht so überragend bei gibt es wie gesagt diese der blutung schaden wir taugen die würfel mehr die sofort an deftern wochen der schon für die nächsten würfel dann also für das nächste special gilt natürlich nicht nur für das nächste special ich bin es nämlich immer gemeinsam deswegen für den zweiten für die zweite gestalt wirkt dann von den ersten würfeln wenn es zu überschreiben gibt es gleich 300 schaden wenn sie sie auflösen am schluss auch ja wie gesagt rein des special finden nicht so dramatisch aber über die sonst familien bonus finde ihn dann doch eigentlich ziemlich stark weil schon wenn er der einzige ist ist dieser megaminion erstattet also mit 20 prozent mehr lebenspunkten und hat aber obendrein eben dann diese den den mehr keinen dabei der jede runde 100 prozent schaden macht das ist genauso viel wie der held als auto hit in der def macht oder wir steinschaden verursachen wird ja es ist nicht der ärgste hit aber dann nimmt man gratis mit von anfang an und das finde ich positiv zusätzlich sehen wir dass der lakai stärker wird wenn man mehrere garnitionswächter hat und auch dass er fester zuschlägt und am anfang hat sie lange zeit oder lange zeit die ersten zwei drei partale war der einzige gut spielbare in normalen bedingungen gar nicht sonst recht aber schimmer schuppe dieser top hält gott weil er dann später mit schaden noch mit den wirklich so richtig dicken megalakein daher holt aber natürlich harmoniert ist dann gut also ob das jetzt ja schwer zu sagen ich kann mir schon vorstellen dass es zum beispiel ziemlich bösartige blutiger kampf def werden könnte mit ein paar solcher helden wenn du dann jeder an garnitionswächter am anfang drin stehen hat der sofort mit 140 prozent zuschlägt natürlich harmoniert das sehr gut mit einem frank reißzahn primwell das wird sogar schon wieder nach doch passt ist hat die frage wie entscheidung wie ob das entscheidend stärker ist dass man deshalb verschiedene bestimmte farben spielen will ihr wisst ja bei mir inzwischen und ich glaube das ist die beste herangehensweise wenn man nicht die oder speziellsten helden hat ich gehe gegen die stärksten defs im angriff zurzeit nur 4 1 oder sowieso sogar mona und da ist es schwierig dass man an helden verschiedener farbe in einem team unterbringt jetzt auf jeden fall gut erhält über den garnitionswachen familienbonus sogar sehr gut erhält wenn man kombinieren kann mit anderen aber es ist jetzt nicht so dass sie empfindet dass der jetzt pflicht für irgendwen ist ist meine meinung dazu ich mache jetzt da ich habe gesagt ich brauche aber fünf stunden halten die macht zwei männer aufgesparten ziehungen er passt nämlich bei mir nicht so perfekt in des rein was ist das war sagen was so mein game plan ist schnell und zufälliger schaden in grün damit kann ich nicht so viel anfangen könnte vielleicht mehr anfangen wenn ich irgendwann aber eben gezogen hätte dann könnte schnell das text in grün bauen ich habe sie aber nicht und deshalb ist mein grünes kriegsteam dass sie mono oder 4 1 spiel ist auf mittelschnellen helden aufgebaut und die sind dann aber mächtiger als das was bilder jetzt mit bringt deswegen ja ein ist stark ja eine woche ich weiß jetzt kann bestimmten helden der vielleicht nächster zeit bei den goblins kommt aber wie gesagt es ist alles so dass jetzt unbedingt genau einen der aktuellen brauch und deswegen gott primwelt bin ja vielleicht zu unrecht aber ich habe in lila ein gelb ein schnelles team das ausreichend schaden macht um auch gegen die autos und so durchzukommen jetzt brauche jetzt nicht unbedingt auf mittelschnelle helden ab also downgraden so zu sorgen obwohl ich immer schon behoben natürlich die harmonieren gut miteinander gut und jetzt zur wittnisbeschwerung zwei neue fünf stern helden ein neuer drei stern hält recht interessant die bonus truhe wirkt aufs erste würde sie für mich sogar sehr interessant wirken über die meister wappen ich habe bei uns herumgefragt es hat ein spieler am e2 meister wappen drin gehabt in einer drohe und ansonsten immer nur ein meister wappen jetzt habe ich vergessen ob der spieler jetzt zwei ist einen pool also in einem slot an zufälligen trennen gehabt hat oder ob er einfach auf über die fünf slots den jeder truhe drin sind vielleicht zweimal wahrscheinlich hat einfach in den fünf slots zweimal ein meister wappen gehabt ist natürlich schocken ausreich trotzdem von dem was zu einem bonustron drin ist ist ein meister wappen auch eines für mich mehr wert ist was man sonst so ziehen könnte und mehr wert ist die meisten dinge in den anderen bonustronen drin werden ja vier stellen auf stiegsmaterial ist mehr wert aber ansonsten die meisten sachen sind eigentlich weniger wert die man so ziehen kann was an der beschwörung interessant ist ist dass es keine klassischen helden drin gibt also ich glaube auch keine drei vier stand fünf stand aber auf jeden fall nicht und das heißt bevor jetzt bei der betrachtung von dem portal auf die beiden neuen helden und auf den drei stern helden 9g schauen wir uns einmal an was an fünf stern helden sonst drin ist aber davon also fast alles an prinzipiell spiel war nicht schlecht so richtig als an annett viele davon also die meisten sind eigentlich in einem bereich die sind ganz passabel aber highlights schon empfinden die wächter nilpferd empfinde nur immer als highlight aber wenn das natürlich ist das nilpferd besonders tropfen hat der ist vor diesen balancing oder unbalancing update voriges jahr rauskommen und ist weil ihm das nilpferd zu der zeit stark war ist das nilpferd stats mäßig nicht angehoben worden während andere aus seiner familie schon angekommen worden sind und das merkt man jetzt inzwischen ansatz 33 damit ist es schon weit weg mit stufe 25 nur 1246 angriff ist weit weg von aktueller entsatz ich spiele trotzdem weiterhin in den meisten kriegen wächter nilpferd team wie immer wie gesagt 4 1 oder 5 oder sogar mono mit nilpferd alles heute teil der siegbedingung sozusagen und da merke ich schon das steht natürlich dann am rand welcher so wenig aushaltet aber da merke ich schon dass es nilpferd oft als erster meiner helden fehlt natürlich auch noch verstärkt muss ich sagen bin ich wahrscheinlich selbst schuld oder vielleicht selbst schuld ich spiele das nilpferd in diesem team bewusst mit einer vier sterne truppe mit einer magie mana truppe anstelle einer anderen truppe weil ich damit das gesamte team auf sieben steine kriege und die anderen helden die da drin sind sind alles entweder droiden oder hat schon von solchen klassen die trotz fünf stern truppe auf sieben steine kommen oder mit kostüm da ist es im kostüm drin und so weiter magne im kostüm manchmal manchmal eine jetzt haben wir den namen jedenfalls kostüm eine die adena wurscht so viele helden dass man schon die namen von ganz klassikern entfallen jedenfalls spielen mag sein dass das der grund ist aber trotzdem ich glaube selbst wenn er fünf stern truppe traufe wird das nilpferd in einem aktuellen umfeld verglichen mit stärkeren von der team stärke erhälten schneller fallen trotzdem ist das nilpferd ganz interessant für maximalen schaden bei verschiedenen bereichen auch bei türmen obwohl in letzter zeit oft ein bisschen andere auf team konstellation und jetzt aufgeholt haben ist trotzdem welcher nilpferd als sehr mächtige möglichkeit um die höchsten levels relativ problemlos zu bewältigen also ein doppelt camilla ist glaube ich dass mäßig schon weit weg das ist ein bisschen problem trotzdem ganz brauchbar luna sowieso für def vor allem gut im angriff glaube ich habe sie selbst nicht aber rein so was immer so drüber denkt bin ich nicht übermäßig begeistert von ihr aber natürlich kann man spielen top pass ist leider stats mäßig schon so schlecht prinzipiell aber gute helden ja was haben wir wieder jetzt gar nicht großartig univer kamara bin ich vor kurzem wieder gefolgt worden von wem in der allianz was ich von ihm halt weil frisch gezogen da ja er war ganz 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 starker angriffsheld im moment wo die ganzen devs so viel auf heilung auf überheilung und auf fast unkaputtbare minions von dj aufbaut ist bringt zeit ohne kamara nicht so viel welt nicht so viele helden bei den gegnern früh ja was bösartiges anstellen können ob gesehen von der überheilung die hat passiert und dort bringt aber univer kamara nichts dagegen das heißt über meine teams lieber so dass sie möglichst viel angriffsbauer habe dass sie dann trotzdem durchkommen nachdem die autoren und andere ausgelöst haben und univer kamara dadurch kann platz wenn aber wieder einmal devs kommen die aggressiver sein wo schneller schaden kommt flächenschaden kommt ist univer kamara wahrscheinlich trotz alter stats dann doppelt also generell auf jeden fall gut erhält sich mit der ganz so kann ich gar nicht ganz so roch vor ist ja meine wahl die ich treffen wird die die jetzt beim seelentausch nehmen wird da unter den anderen helden da ist er schon ja ist auf jeden fall einer der stärksten maximalen schaden ja wer noch nicht mit ogema ist zwar auch schon wieder wie muss jetzt immer wieder wenn ansatz mäßig veraltet das ist leider so als der themen zurzeit aber ermöglicht sehr oft oder nicht nur sehr oft er wirklich allen schnellen helden mit fünf stern truppen trotzdem in sieben steinen geladen zu sein und das mochten scho jetzt weiterhin sehr interessant und zusätzlich zu dieser fähigkeit dieser heut gegen die autoren so fern jetzt daneben andere von diesen neuen drei königreich helden der man die minus nicht zerstören kann also die netter neben stehen kann auch immer den nochbarn sofort die fetten minions wegnehmen und deswegen spiele zur zeit in meinen kriegen beide meine augen was ja wieder irgendwie ist verarbeiten stärkeren an habe doppelt geprägt aber selbst den einfach geprägt und spiel jetzt wieder immer prinz siegfried ist ein absolutes schwarzes rush monster ja mehrere helden die ganz kurz haben nicht mehr ganz aktuelle superstars aber ja unter den 1,7 prozent helden die da sonst so kommen können werden für die meisten spieler gut brauchbare dabei sein ich habe für mich jetzt noch lebe ja davon dass ich die letzten jahre zwei drei jahre sehr viel ausgegeben habe und jetzt bin ich auch wieder in einem bereich ein bisschen was gewirr weiter hinaus das heißt für mich sind jetzt nicht so viele helden die mich so richtig weiter bringen würden in wahrheit wenn ich durchschaue ja dann habe ich teilweise nämlich schon in in wahrheit für mich wer genau rochefort in internet ein wechseln wird prinz siegfried würde mich freuen ja für mich persönlich wäre es das trotzdem also von den nicht vorgestellten helden trotzdem glaube ich dass für die masse an spielern die free to play und so weiter wird fast jeder davon irgendwas positives mitbringen können ja also auf jeden fall ist natürlich besser es wird nur klassische helden drin geben so und jetzt zu den neuen fangen drei stern fangen wir mit den großen an weil teil der stärke herrn zu unwichtiger teil der stärke von den helden ist in der familie und im passiv drin und das ist aber für den drei stern helden anders zu bewerten jetzt schauen wir uns einen familienbonus an also wald faun familie haben sie sich extra ein verlassen damit sein neues bildnis portal aufmachen können helden werden stärker wenn sie mit anderen einzigartigen helden derselben familie im team sind bonus für ein zwei helden 75 prozent beziehungsweise 100 prozent chance mana verringerungen und das mana betreffende negativen status änderungen zu stehen ist sehr starke fähigkeit und gott aktuell eben im angriff viel wert wenn ich raus schaue auf mann wir haben kann krieg ist gerade nicht aktuell aber gehen wir mal auf die top devs in der besten liste honeybee was haben wir da in dem fall nix für das passiv dann sehr wohl aber da haben wir gerne also männer und zitrusholz sind zwei ganz ganz starke die felden die in vielen der top devs trainern sein ich muss ehrlich sagen dass ich aktuell bin jetzt also im urlaub jetzt so ist aber er sonst mir nicht so genau damit beschäftigt habe was jetzt ganz genau sie wenn das debated und chipset entscheidenden kriegen spielen aber ich bin mir fast sicher dass sie zumindest jetzt einige zeit die beiden helden mit dabei gehabt haben und zitrusholz und zumindest zitrusholz ich glaube eigentlich dass beide in den absolut stärksten devs zurzeit drinnen stehen werden bei dem an einzug und gegen beide ist natürlich diese wald fahren als wald von der familie damit sehr gut so speziell mich also manche sagen ja genau gehen auf alles kommen die ante idee ist die konnte heraus und so weiter ganz so ist es ja gar nicht weil man ja sie wenn man bedenken muss also dass sowas neuartiges ist es gar nicht weil ja tuns das sowieso schon können tun sie haben diese fähigkeit mit 75 prozent generell und trotzdem obwohl es so viele tuns gibt behaupten sie die beiden helden im zitrusholz und männer drin einfach deshalb weil sie selbst ohne den mannanzug sind schon stark selbst wenn sie kam an ein zimmern zitrusholz werden nicht ganz so stark aber zitrusholz kann schon sehr viel schaden wochen wenn aus also wenn ausreichend viel durchgechant wird und das ist durch chanen wird ja noch sogar erleichtert wenn das war nicht genommen werden kann ja also auf jeden fall eine starke fähigkeit alles mit das mana betreffende negative status änderungen wird es aber rasch viele geben und gott bei peregrin mit dieser fähigkeit das ist was ganz gutes für rasch eventuell stark genug für rasch für def einsatz also je nach account stärken was war zur verfügung hat möglich ist einmal auf jeden fall also gott mit dem was dann noch kommt da kommen wir darauf zurück das nächste passiv wahnsinn widerstehen der charakter deine angeborene widerstandsfähigkeit gegen wahnsinn ist natürlich jetzt klingt einmal ganz arg wahnsinn wird ausgeschaltet ich finde es nicht ganz so schlimm so lange nicht allzu viele von diesen waldfaunen dabei sind weil ich kann jetzt alle zogen wahnsinn ist mir wurscht nur weil die einmal peregrin mit dem team habe also das wird wenn def da steht mit zwei starken wahnsinns helden und allzu viele solche defs gibt es jetzt eh nicht mehr die so herumstehen wenn das also wenn sie stehen ja nur bei peregrin dabei habe wenn es soweit ist dass es mehrere helden gibt die gut kombinieren kann wenn die 34 solche ob dann kann ich wahnsinn häufig ignorieren beziehungsweise dann ist ja wahnsinn sogar großer nachteil für den spieler der die wahnsinns helden aufgestellt hat aber ansonsten findet es würde es jetzt gar nicht so überragend bewerten so und dann noch angriffsverringerungen widerstehen ist immer praktisch bei ein helden der viel schaden macht und das macht peregrin mit wie immer neuesten stats hohem angriff wert klasse dazu angriffsverstärkt angriffsverstärkung norme das wird addierte 20 prozent zum wert der im special steht das heißt wenn rechtzeitig ausgelöst in den ersten sechs zügen macht peregrin 460 prozent schaden beim ziel und nahen gegnern das ist im bereich der höchsten die es so gibt unabhängig von der geschwindigkeit ja es gibt ihn langsam jetzt an gegen tun zum beispiel den ich sehr gern hätte aber leider nicht habe der noch mehr macht aber ist so ein wirklich hoher bereich also das geste und jetzt aber dazu verstärktes ausweichen der wirker verbündete erhalten eine chance von 55 prozent schaden verursachenden spezialfähigkeiten auszuweichen dieser effekt hält an bis der verbündete fünf mal ausgewichen ist 55 prozent dieser sehr hohe quote zu beachten dabei schaden verursachenden spezialfähigkeiten ist enorme zum unterschied von manchen solchen ausweichenden helden die das auf jedes bescheidung gilt es auch auf weiß nicht an melentor der entzaubert fünf mal ist aber sehr sehr oft also ich würde schon im prinzip ist ja der kampf wenn das jetzt in der 10 der tipp steht und die helden weichen ich weiß nicht zweimal aus wenn dann der kampf häufig bis dahin knopfer ist es entscheidend dass der angreifer verlieren wird oft zumindest wenn er nicht irgendwer ganz über lebens auf überlebensfähigkeit basiert das team hat also ich finde es schon sehr stark viel stärker als andere auch bei bisher ist es ja bei ausweichen so wenn das ausweichen nur drei züge oder so dauert dann kann man das oft aussitzen nicht immer natürlich hat annähernd immer je nachdem wie stark der rest der aufbau diesen persons zur staat also jetzt aus davon ausgehend wenn peric in der treffe stehen wird aber wenn man nichts dagegen tun kann außer es zu entzaubern mit einer fähigkeit die keinen schaden gleichzeitig macht dann bleibt da gar nicht so viel übrig natürlich gibt es die fähigkeiten es gibt auch dieses überlegene verhexen von zauberern das über steine das entfernt werden kann aber das muss da alles erst einmal funktionieren muss man jetzt rechtzeitig parat haben muss die steine haben also es ist auf jeden fall wirklich starke fähigkeit und der grund jetzt unabhängig davon dass am schluss anders steht wenn der effekt verstärktes ausweichen endet oder entfernt oder ersetzt wird erhält der verbündete 70 prozent angriff über fünf runden also wenn wenn dann doch dieser mail ender ausgelöst wird gibt es zumindest bloß 70 prozent angriff und das fünf runden lang ja klingt auf jeden fall ziemlich unangenehm ob das jetzt in normal geschwindigkeit rein kommt in die top devs auf jeden fall finde ich steve tauglich normal heißt ja mittelschnell oder langsamer am ehesten wenn es nicht irgendeine beschleunigung sonst noch gibt von den passiver hast am ehesten dass dieser guter denkt wer ja immer ganz ausgeschlossen ist selbst dessen obwohl er immer als sogar denkt der schaden macht zur zeit leidet heute unter den alpha tontern es ist in dem für das ziemlich graus liegt dieses ausweichen ja immer nur ganz klar diese überheilenden denkst und die auton zurzeit das beste und da wird beregnet mitmischen aber gerade so als flanke zum beispiel zu was haben wir zu 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 bin jetzt gerade ein bisschen schlecht beim einfach was das einfallen von namen betrifft von einer nautiker als flanke die dann beschleunigt an das klingt eigentlich schon ziemlich gut und generell diese denkst du sowas wie die auton zu die stolen ja ziemlich sollen das heißt verlangsamen die spiele das muss man sagen schläfern es ein dadurch ist schon eher zeit dass man mittelschneller hält auslöst im angriff ist es natürlich so wenn ihr team so aufbau des mittelschnelle angreifer hat dann ist es aufbaut dass sie noch vorbei sein soll die spieler so ein grünes team das mittelschnelle ist habe ich gerade vorher schon gesagt das ist so da ist es dann noch vorbei wenn sie auslösen natürlich ist es noch mehr vorbei wenn peregrin auslöst und vielleicht ermöglicht es dann in ideal besetzung vielleicht sogar 32 wenn du ganz wenn man doppelt geprägt die weiß nicht wenn man ferros hematask peregrin wird wahrscheinlich relativ viele helden umhauen aber eigentlich durch so die jahren überheilung und so vielleicht wird es ausreichend was es kann also ich glaube fast es wird trotzdem zumindest bei 41 bleiben müssen aber der qualität und dann ist jetzt nicht so viel gewonnen gegenüber anderen hätten mit dem er vielleicht auch genug schaden macht jetzt ist natürlich einer der höchsten schäden wenn man event mäßig oder so grün spielen will ja also für mich einfach insgesamt rundherum interessanter hält so wie ich sage ich will nicht genau vorstellen die helden jetzt mache es erst gehen wir zum nächsten verity gleiche familien pony auch in dem vergleiche gleiches passiv das ist nicht überall so innerhalb der familien fähigkeiten sehr schnell feindes ist jetzt wieder finde ich verglichen mit sehr schnell mit nur schnellen helden ist es jetzt finde mit fünf stern truppen sind sehr schnelle stechen schon wieder ein bisschen hervor weil sie trotz fünf stern truppen sechs steinen geladen sind während schnelle helden sehr oft acht steine brauchen muss in der praxis neun sein sehr oft fügt dem ziel und nahen gegner 320 prozent schaden zu das hätte vor längerer zeit für sehr schnell schon gereicht dass es gut erhält ist inzwischen mit fünf stern truppen und so viel lebenspunkten und und schwierigkeit durchzukommen wäre deshalb dann natürlich wieder gar nichts aber es ist ja nicht daran es kommt mehr beziehungsweise der land schon mit familienbohnen so ist es schon mehr okay und angriffs verstärkung haben wir wieder also eigentlich 340 prozent schaden verstärkte verteidigungs status änderung das ziel und nache gegner halten minus 50 prozent verteidigung gegen spezialfähigkeiten dieser effekt hält an bis der gegner dreimal schaden durch eine spezialfähigkeit erlitten hat also ist davon auszugehen das werden alle diese faune haben die in zukunft noch rauskommen und ich bin überzeugt da werden viele noch kommen und irgendwann soll bei den goblins wird irgendeine gegenfamilie ins gleiche portal reinkommen und so weiter jedenfalls wie alle anderen das wir nämlich anders wird jeder so eine fähigkeit kriegen dass es eine verzauberung ist die einfach so lang haltet bis sie entweder verbraucht ist oder bis sie entzaubert wird 50 prozent def dann gegenüber verteidigungen es ist dann gegenüber spezialfähigkeiten ist es nicht das höchste was man in dem bereich haben kann wenn man vergleicht ursprünglich wie sie gesehen ob im betatest hat sie nämlich was in der genau höhere zahl also ich glaube über 60 prozent auf jeden fall kommt man schaut magne hat doch minus 64 prozent gegen spezialfähigkeiten sie ist also gar nicht so wenig vergleichbar wird magne mit dem teil eigentlich muss man sagen weil sie ja mehr schaden sogar macht sehr schnell ja man ist auf jeden fall fein was wir sagen ursprünglich habe ich geglaubt dass sie auch für event teams eine besondere stärkung sein wird jetzt sage ich auch natürlich passt sie gut in einem event team damit aber nicht unbedingt also nicht besser als magne bisher schon und gut sie macht mir schaden also vielleicht schon aber es ist jetzt keine entscheidende stärkung zumindest für spieler die dieses magne kostüm haben aber er wisst ja kurze exkursion def dans seine prinzipiell gleichwertiges ob das ist normaler def dann der farb def dann auf def dann gegen was specials ist ein einzelner jeder sorte bewirkt gleich viel steigerung des angriffs wenn es entsprechend ist es wenn die schadensquelle hat passt mehrere gleichzeitig sind nicht unbedingt keine spinne am mikrofon muss ich kurz wegblasen das passiert wenn wir nicht daheim waren sie es jedenfalls muss ja nicht unbedingt ganz genau angriffs senkung gegenüber specials drin sein und mehr es vielleicht zwar drei so fähigkeiten um ihn platz das heißt also zwei normalerweise möglichkeit aber muss nicht sein und dann nur wenn die verstärkte verteidigungsänderung endet oder entfernt oder ersetzt wird erhält der gegner für drei runden minus 40 prozent meiner regeneration ja das ist schon was ungutes für den getroffenen gegner jetzt wenn ihr davon ausgegreift mit verrede an die bauerteam dass das ausnutzt diesen def dann gegenüber specials naja dann werde ich meistens mit dem auslösen oder mit dem verbrauchen dieser verstärkten verteidigungsstatusänderung also die gegner die ziele umgebracht haben das ist dann wurscht ob die mana regeneration heruntergesetzt wird aber es klingt für mich die heldin wäre die gar nicht so uninteressant für die def weil 320 prozent schaden auf 3 ist schon wie gesagt damit wenig dieser schaden die schadenserhöhung gegenüber specials ist eigentlich alles was man in der def braucht weil der meiste schaden von def wird über diverse specials erzeugt und die meisten def sind jetzt nicht unbedingt mehr mit mehreren blauen helden aufgebaut das heißt es ist für die def nicht so viel weniger wert als ganz normaler def dann und wenn das aber dann entweder weggenommen wird man dann ist alles ziel der angreifer auf tot aber wenn jemand was heute irgendwas dagegen macht entzaubert sonst irgendwas ersetzt entfernte sagen dass irgendwie überschreiben würde dann kriegt der held minus 40 prozent meiner regeneration das will man natürlich gar nicht haben als angreifer ich tue mir ganz schwer mit prognosen werde jetzt wo wann in die def kommen kann weil einfach so viele helden unterwegs sind und die interaktionen wer wie zusammenwirkt aber so ein platz wie jetzt seit sonst schimmerschuppe und so hat warum sollte da wäre die schon einnehmen können also sprich von den ganz starken defs an füller schimmerschuppe ist schon gut aber umgekehrt wäre die ist eben sehr schnell noch schneller und kann vielleicht den unterschied machen wenn frühzeitig ausgelöst und dann dahinter in der andere special drauf ja keine ahnung also nicht müssen wir sagen ich glaube nicht in diese aktuellen defs die so viel überheilung in der mitte haben sprich mindestens zwei heiler oder minion generatoren da wird vielleicht wäre die nicht reichen außen weil dann vielleicht insgesamt zu wenig schaden kommt würde dann nur mehr ein zwei andere helden dabei sind die direkten schaden wochen mit specials aber wenn sie das wieder ändern würde und vielleicht nur mehr ein heiler es denkt steht und sonst schaden gemacht wird könnte man schon vorstellen das wäre die gute option wäre da rein zu bringen und für angriff natürlich ich würde es ist schwierig das sehr schnell für angriff ist immer das problem man will dass die helden ungefähr gleichzeitig geladen sein dadurch dass sie def dann macht schon jetzt natürlich auch nicht wenn sie also gegenüber specials wenn sie vorher geladen ist ist natürlich kein nachteil aber man wird glaube ich schwer ausreichend sehr schnelle helden finden um entscheidend durch zu kommen es gibt zwar ein paar sehr schnell den blau jahr aber nicht ausreichend um jetzt wirklich top def mit fetten überlebenswerten wegzauern trotzdem auf jeden fall richtig gute helden und jetzt bleibt noch drei stein hält über das ist relativ wurscht wahnsinn wieder stehen im dreistin bereich weil seit noch nichts wahnsinniges da gibt es an aber es waren im betatest aber schon noch weitere wahnsinns helden insbesondere war auch ein 3 und ich glaube auch vier stern weiß nicht beides auf jeden fall hält dabei im betatest es ist also schon anzunehmen dass irgendwann portal damit kommt irgendein event portal mit den ganzen wahnsinns helden und dann gibt es an drei steinheiten wie gut das wird man sehen ob das dann auch relevant hat wald von familie hat bringt vor einem dreistin bereich was weil relativ oft ton in den aufstellen steht in den devs ist aber glaube ich ein abnehmer bei gott im dreistin bereich haben jetzt sehr viele spieler zugang zu den tons die sowieso wie schon vorher beschrieben gegenüber tons immun sind jetzt hat saskia da verteidigungsverschlechterungen widerstehen das ist passender für sie weil sie eine heilerin ist und das ist nicht so uninteressant sie ist schnell und heilt in prozent ja natürlich heutzutage oder generell nicht nur heutzutage immer schon sein drei stern helden ob an gewissen niveau aber wenn man alles in sie rein steckt nicht unbedingt für fünf stern bereich geeignet sogar für kriege also in meinem bereich sowieso nicht aber weiter hinten könnte mir schon vorstellen dass saskia sogar in kriegen ja ein bisschen gespielt werden kann also ist mir die frage wie stark die devs jetzt natürlich gegen top devs funktioniert das nicht da ist sie entweder zu schnell tot oder die haben ort aufstellung wo zu viel heilung und kontrolle nix bringt aber schnelle heilung in prozent wenn 26 noch gar nicht so viel klingt aber bei so vielen lebenspunkten wird sehr viele helden haben mit fünf stern truppen sind 26 prozent mehr als manch anderer heiler insbesondere zum beispiel deutlich mehr als der aktuelle monat zählt an sofortige heilung macht von dem viele begeistert sein der aber mittelschnell ist und verstärktes ausweichen ähnliche fähigkeit wie deutschberg riener also die schon deutlich schwächer nämlich nur 45 statt 55 prozent und immer dies dort fünf mal kommen dann weiß ich nicht weil in wahrheit wer dreimal schon richtig stark und fünf mal kann nur ärgerlich sein bei werte ist es wäre die nicht wäre die blödsinn jetzt so kurz gewundert was ist jetzt das habe ich mir gedacht dass ich wieder raus und ins richtige rein bei saskia ist es ja auch immer doch nicht verschaut nur einmal trotzdem kann einmal ganz entscheidend sein also und wenn verstärktes ausweichen endet und entfernt oder ersetzt wird stellt der verbündete 640 lebenspunkte über vier runden wieder her also für mich klingt es noch an so guten helden also zum beispiel angriffs heiler in drei stern bonus booster das klingt ganz gut schnell dann gleich ein bisschen stabilität rein braucht verzauberung drauf kriegt die verzauberung hält also die sind natürlich heilt sie nicht direkt aber wird oft zum ausweichen führen das ist eine geheilung gleichzusetzen soll jetzt aber und wenn es dann passiert ist 640 lebenspunkte über zeit dann ist wieder also bleibt sozusagen auf als zauberung drauf empfinde wie es also auf jeden fall als interessanten drei stern helden die wird sie auf jeden fall jetzt gern ziehen es ist aber ob es jetzt wirklich also ja wenn wir schauen ob sie sagen wir zu einer pflicht heldin von drei stern bereich für den ihre wird das glaube ich jetzt doch nicht aber zumindest haben wie gesagt möchte sie ihr habt ihr jetzt gestern am zweiten tag von dem event zweimal dieses angebot kauft mit 900 beschwerungsmittel 900 portal währung einer welt energie flasche und wollte tickets und das ist immer das beste angebot in diesen portalen das gleiche angebot hat sie früher nämlich bei den goblins geben und irgendwas nur bei den goblins glaube das ist jedenfalls davon das beste das zweitbeste ist es mit diese zahlen die jetzt genannt habe gibt es immer nur im webshop im webshop jetzt 350 von dieser beschwerungswährung um vier euro das ist das zweitbeste die aktuellen seien weniger gut die beiden aber wenn man es ausrechnen im webshop kriegt man dort 300 statt 250 doch ich glaube 1300 statt 1000 aber die sind weniger stark das heißt so im großen gewirr eben jetzt nicht mehr aus aber sehr wohl ein bisserl ich habe gestern das eine angebot kauft jetzt schauen wir mal ob was kommt ich würde sonst morgen am letzten tag des portals wahrscheinlich noch einmal das bessere angebot kaufen ob wir das dann aufnehmen und sagt ja keine ahnung was wir haben natürlich die beiden 10 news habe ich noch nicht erwähnt solider hält aber unbedingt muss man jetzt haben wir jetzt gestärkt worden ja weil er offensichtlich vorher nicht ausreichend stark war mehr attraktiv zu machen soll nicht heißen dass er schlecht ist ist schon gut aber nicht so überreißer mir gefällt vor allem nicht dass dieser mondaufgang schlag nicht mit verschiedenen defters und so weiter skaliert das ist für die def oft wurscht aber gleichzeitig macht das sonst nicht so für so einfach nur unter anführungszeichen schaden taugt man nicht ausreichend hüftet das heißt die wird gerne von den beiden saskia auf jeden fall also exaktos vor prinz siegfried das wären die hauptziele und da natürlich wir verändern zwar meister wappen und jetzt soll vorher gelobt dass es insgesamt ja 1,7 prozent auf für viele doch gut brauchbare andere fünf stern helden gibt zusätzlich gibt es nur event drei und vier höher werden sicher für kleinere spieler einige dabei sind die sie vielleicht brauchen können die ihnen noch fehlen jetzt muss ich aber wenn ich lobe muss ja wie drüber aufregen dass die legendären vorgestellten wird jetzt auf 0,8 runtergeschraubt worden sein und dann oder zu sind die beiden die wahrscheinlich momentan die spieler haben wollen vorgestellt sondern dritter anna wenn man sich das ausrechnet habe ich vorher kurz gemacht ganz schwer ist es nicht jede 375 erziehung wäre ein bestimmter davon wer ein prozent quote wie bei den meisten portalen dann wäre zumindest jede 300 erziehung ab bestimmter davon oder anders gesagt noch 300 beziehungsweise dort ist noch 375 erziehungen würde man im schnitt von jedem davon einen haben natürlich im schnitt kann passieren dass man noch 1000 oder 2000 an davon noch nicht hat wie bei mir bei ebenen aber ja es ist schon wieder form von gier das ist immer noch mehr aufgeschraubt werden soll die quoten runter ja also mir ist aufgefallen ich hoffe den meisten anderen wenn man sich mal die augen offen halten generell hin also ohne jetzt groß weiter die wir schweren 18 stück vielleicht kommt dann oder andere zumindest drei der vier stellen hält man irgendwas sagen kann was aktuell ist ohne kostüm dort ist das natürlich am anker dass die helden die trinken ohne kostüm sein weil er kommt felten ist einer meiner meistgespielten drei stein helden den spiel in jedem format ganz ganz oft im angriff und auch in den meisten des städter bei mir ist nämlich obwohl schnell dieser aber rasch im angriff sehr stark weil da sehr oft gegner drinstehen die irgendwelche wichtigen verzauberungen machen und da ist dann fehlt besonders gut außerdem im drei stein bereich muss man sie natürlich wenn man generell bereit ist teure ressourcen reinzustecken muss man sie aber den helden spezialisieren und mein felten ist heute auf stufe 25 doppelt geprägt sowieso und dadurch da hat er dann so ein vorteil gegenüber anderen helden da sind einfach nur öfter spielen muss also sowieso spielen wird bis jetzt einmal nicht sehr spannend ein basel wirst der detektiv heißt der basel na das denkt mir nur weiter so ausschaut kann ja verfüttern weil ich habe eine art des kostüm habe ich nicht deshalb brauche es nicht wirklich habe sie deshalb auch die erste die spät ganz nachträglicher mitzogen habe habe ich nicht magst das heißt das ist mein zwanzigster hält den ich dann verfüttern kann aber ja was übrigens nicht dass man hat nicht schlecht geht also für für free to play spieler oder spieler die wenig ausgeben die können sie ja über mart freuen saskia passt ok mit bonus zu kloris ich hab schon ein bisschen sie erwähnt ich weiß nicht vielleicht mache sogar noch mehr video über sie ich glaube nämlich also man sie ist ein bisschen gerade gehypt viele sagen ja wieder gute monat sind sie sagen jetzt nicht dass sie schlecht ist verglichen mit anderen monatsheldinnen oder helden ihnen ist sie tatsächlich jetzt ein bisschen besser aber so stark wie sie von manchen beschrieben wird finde ich sie dann doch nicht naja gut wie gesagt ich werde ziemlich sicher morgen noch ein paar münzen kaufen übertreiben wer das nicht weil es nicht unbedingt brauche trotzdem bei den peregrin so einen hohen schaden hobby sonst bei karen helden im moment ja wie im turm jetzt deshalb humbert humber wie immer mal sorgen wie gespielt der 350 prozent macht der dann relativ hohen angriffswert deshalb machen die 350 und auf alle ist in dem fall praktischer als auf drei aber ja es wäre schon schön helden zu haben die noch mehr schaden machen du als meister wappen bitte kein meister na gut deshalb besser ausgehen können schauen wir ganz kurz ins turnier hinein das übliche meine def für bonus poster ohne grün ja im krimstall eigentlich ziemlich gern das jetzt aber wir normalen kriegen und so bewährt ein bisschen ist ein nachteil von ihm bei mir dass ich ihn für mythische design voll auf angriff gemacht habe natürlich wäre im krieg besser wenn er defensiv gespielt ist aber es war große auswirkung ob das gar nicht mehr da ist die fünf stunden truppe die richtige darunter entscheidender ich sage mit die vier helden er hat die schuppe und zitrus holz waren für mich gesetzt normalerweise wird deutsch männer stehen immer doch giftfeuer des bastels männer ist natürlich sperrt deswegen steht es netter weil grüner erlaubt ist und nachdem ich gift für dorf 22 mit den verschiedenen bonus booster geschichten kommt das ordentlich schon aus 375 mit angriffs boost macht es also mit angriffsverstärkung macht giftfeuer sowieso schon und wenn du vorher ausgelöst wird ist es noch mehr das ganze schnell zusätzlich können die gegner zumindest nicht ganz ungestraft keine verzauberungen anbringen also ich glaube das giftholz doch all giftfeuer doch ganz brauchbar ist tito soll sowieso und bisher zumindest hat sich bestätigt bisher steht die def sie steht sogar schon 40 am handy ist es abgetätet habe ich vorher gesehen also 14 0 steht die def im angriff habe jetzt ja ich habe gewonnen erschreckend ist aber die staat mit 956 andere staaten glaube ich schon mit 9 85 ungefähr die größten accounts und trotz 50 bin ich weiß nicht warum du jetzt 0 steht ja das ist wieder weil es am händler update ist tatsächlich dort keine punkte ja ich habe tatsächlich glaube ungefähr 180 punkte 160 punkte weniger als der erste und bin ungefähr 900 oder so ja das heißt davon können nur die spieler sein die neue fünf stern helden auf stufe 25 haben also ist mir doch vorher aufgefallen wie durchgeschaut habe aber last dance was haben wir da ist eigentlich ein sehr umtriebiger spieler der überall unterwegs ist also bei events stark bei manchmal bei zwar glaube ich nicht immer selbst gespielt aber bei türmen manchmal sehr gut da jetzt also war bei turnieren sehr oft fahren und dort offensichtlich auto aufstellung ich weiß nicht ob man daraus was lesen kann ob das passiert ist oder was auch immer aber ist jetzt nicht unbedingt üblich dass so aktiver spieler der überall gut ist mit der auto aufstellung da ist umso schlimmer wäre es natürlich wenn die auto aufstellung auch noch vielleicht performen wird wer weiß mit stufe mit dem die auto auf der seite kann so sein dass viele gelegenheit spieler einfach nie durchkommen gut ein langes video mit nicht so erfolgreichen beschwörungen ansonsten hoffe dass irgendwas rausziehen haupt können liebe größe tschüss